So was, so was. Da war ja jetzt was mit Fackeln anzünden. Ja, genau. So, da ist der Boss-Raum. So. Oh, lassen wir mal den Boden drin. Okay, jetzt geht's los. Nein, nicht weg. Ich muss ja nur am Kopf treffen. Ich bin ganz lieb. Oh, du sollst mich nicht treffen. Nein. Nein. Eigentlich schon mal kaputt. Ich bin ganz lieb. Ich bin ganz lieb. Ich bin ganz lieb. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Nicht mehr lange, dann bist du auf der Geschichte! So ist es! Dort ist er! Und wieder ein Herz! Und das Wichtigste! Das Amulett! So, jetzt noch das dritte holen! Wunderbar! Mach ich doch gerne! Weg mit diesen Steinen hier! Die stören ja nur! So, da! So, da! So, da! Höchstlich des Sees! Na, wenn du das sagst! Zwielichtige Person! Ich sollte mir mal irgendwas kaufen! Die ganze Rubinen! Gehst du weg? Höchstlich des Sees! Na dann gehen wir halt zuerst da hin! Schauen wir mal, was das auf uns wartet Hör auf da zum Schießen Du da oben auch Du lauf hier nicht so rum Du wackel nicht So Du flieg hier nicht rum Tja Du hast wohl meine Babys verloren So, östlich des Dings vom Sees Das kann ja nur das hier sein Da oben kann man noch was wegsprengen So, was ist mit der? Ja, mhm, mhm, mhm Ja, guter Tipp Mit dem Bomberang zuerst die Gegner lähmen und dann töten Aber wir haben so viele Rubine, also das brauchen wir nicht Was ich brauche ist jetzt die Bombe Du musst schon sterben Schauen wir mal da rein Hm? Was haben wir da tolles? Den Froststab! Wunderbar! Sehr schön Das ist ja mal was tolles Das ist ja mal was dolles Was du wagst es? Ja Okay, so weit kann er nicht werfen Ja ja, zu dir komme ich noch später Lauf, 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 lauf So, weg, 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 alles weg So, kauf da Was? Wow, komm her So, wo sind wir denn jetzt? Karte größer machen Da müssen wir ganz oben rauf gehen Mhm, 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 okay, okay, das haben wir ja gleich. So. So, gehen wir hier, gehen wir hier, gehen wir hier. Dann halt nicht, wenn du weglaufst. Geht weg, die übliche Zellen. So, mal nochmal, jetzt sind wir hier. So, mal nochmal, jetzt sind wir hier. Ja. Und ich muss aber... Dann gehau da raus nochmal. Ja, genau, 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 was wollt ihr alle von mir? Ja, genau, Achtung, Lebensgefahr. Ja, genau, Achtung, Lebensgefahr. Ich muss den Stein mal wegräumen. Und rein da. Da hat mal wieder wer nicht seine Stromrechnung bezahlt. Geht weg hier. Geht weg hier. Was soll das? Ging's hier weiter oder war das nur ne Falle? Ach, testen wir das mal. Okay. Das war ne Falle. Das ist ne Sackgasse. Du schwein. Du schwein. Zack, zack, zack. Nein. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hey alter Mann. Ja, ich bin auf dem Weg zum Berg. Ja, klar. Du willst mich begleiten. Du hast deine Lampe verloren. Ach, du bist zu arm. Na komm mit mir. Ja, ja. Die goldene Macht. Ja, ja. Hört sich gut an. Spur ist verschunken. Na ja. Na gut dann. Ich höre ich halt mal auf dich. Nachher heißt wieder ich hab was gegen alte Leute. Du hast deine Enkelin, mein Alter. Hm hm. Der König ließ sie auf seine Brut verschleppen. So, so, so. Hm hm. Ja, ja. Der Zauberer. Hm 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 hm. Interessant. Hier ist es Helm. Wunderbar. Wunderbar. Uuuuuh. Soldats. Ach, geht weg alle. Oh, sehr schön. Den Zauberspiegel. Nehm mich mit. Ja klar, Schaden habe ich trotzdem noch bekommen. Hm, ich denke, so oder so, so, ja, ja. Hm, hm, die Schattenwelt will eröffnen. Na klar, das wissen wir schon. So, so, die Mondbärle. Na, die will ich haben. Sehr gut. Danke, alter Mann. So, du such mal noch dein Haus. Was hast du hier denn schönes? Fledermäuse züchtest du. Na ja, warum nicht? Wertvolle Schätze. Versteckst du hier vor mir? Die Dunkelheit. Na doll. Schau an. Nicht mehr lang und wir haben 999. Na, nehm. Nehm, 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 nehm. Was ist hier? Ach, schlagen hätte ich auch sollen. Da will ich raus. Boah, schon so lange her, dass ich hier war. Nein, Gebeck. Nein, Gebeck. Bestimmt, hier war das mit dem alten Mann. Gehen wir mal hier weiter. Ach, natürlich ist hier eine Sackgasse. Verdammt. Gebeckstein. Nein. Nein, ihr schlagt mir anders. Und du. Weiß ich nicht was. Mach was. Nein. Fahr doch hier runter. Verdammt. Na. Gut, den nächsten 10 Barts versuchen wir ganz rauf zu kommen. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei. Jetzt. Ach, jetzt. Aber. Was soll das? Na, Gott sei Dank. Oh, da glitzert was. Ich will das haben. Okay, da komme ich wohl nicht drüber. Oh, wie ging denn das da nochmal? Wenn ich da reinspringe. Genau. Genau. Hm, hm, hm. Oh. Hey, bleib da. Komm, komm zu mir. Okay, da muss es irgendwie noch so einen anderen Weg geben. Jetzt gehen doch weg, ihr miesen, fiesen, steine. Ach. Geht mir aus dem Weg. Da bin ich ja rein. Die Hacke weg. Habe ich da irgendwas übersehen? Geht mir aus dem Weg. Ja. Da da da. Das sehe ich nix. Irgendwas muss hier sein. Oh, na klar! Ach, war doch schon vorbei! Diese Höhle führt zurück! Sollt ihr vielleicht Schätze? Ach, das finden wir später raus! Auf dem Rückweg! Jetzt gehen wir hier erstmal drauf! So, nicht hängen bleiben! Da ist ein Herzteil! Das will ich! Das können wir uns, glaube ich, erst holen... ...in der... ...Schattenwelt, wenn wir dann wieder rüber wechseln. ... Lass lieber mal ein Herz fallen! ... 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